Let's Play Games Altis Life Season 1 Ja, hallo meine lieben Freunde und willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Altis Life Während der letzten Aufnahmepause war leider ein System Neustart, sprich wir müssen jetzt nochmal Bananen fahren Und ganz ehrlich, wir nehmen euch knallhart mit Heute mit dabei der Benni Servus Und meine Wenigkeit der Timo So, jetzt muss ich bloß eben auf der Karte gucken Ich weiß schon, ich bin immer hier gerade aus die Straße voll Ja, jetzt kommt eine Linkskurve Ja, geradeaus Dann, Achtung, Kreuzung, geradeaus Und jetzt ist es geradeaus Geradeaus, geradeaus Rechts Rechts Geradeaus, geradeaus So, jetzt weiß ich ganz genau Bescheid Wo ist denn hier? Ist das der Störfaktor da unten, wo der Krach macht, oder? Oder ist das bei mir? Ne Ach der da unten, ist ja Tobi Hier schon rechts, oder? Oder geradeaus? Ne, ne, geradeaus Ruh, du Mungo Ruh, du Mungo Also, rechts Geradeaus, 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 links halten Oh, hier rechts halten Rechts, geradeaus, geradeaus, links halten Benny Findling Schilder Erzähl mal was, ein Schwank aus deiner Jugend Ah, jetzt sind wir da mal gerade eben waren Ah, jetzt sind wir gleich da Jetzt sehe ich es gerade Kommt mir also bekannt vor Wenn du aussteigst, erst mal Z speichern 5 Minuten sind schon rum Jetzt, halt, 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 linke Seite Linke Seite Boah, wo gehst du hin? Links, links, links rein und immer geradeaus Ne, ne Links, 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 links Links, das heißt links Fährst du links Oh Gott Oh Gott Fettling Die Weiten geradeaus Ah, du bist viel zu weit rechts Rechts, rechts, rechts rum Guck selber auf der Karte Ja, ich bin doch gerade dabei Was doch kurz hetzen Es sieht komisch aus, wenn ich das so mache Es tut uns sehr leid, dass wir jetzt wieder Das gleiche nochmal machen, aber Ja, leider Und ihr seht Ich habe ja deutlich weniger Kohle Aber, was soll man machen? Gegen einen Riesbohrn ist man nie gewappnet Und? Geradeaus, geradeaus, einfach geradeaus Ja, 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 weiter, 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 weiter Ja, der ist mir egal, der über Farbenasen Geradeaus, geradeaus, geradeaus Nein, nein, was biegst nicht? Halt, haltu, zu weit Genau Sag ich doch Ja, egal, was steigen ja, außer es ist auch hier Banane Boah, die Bullen sind solche Vollpfosten Kann ich hier ausstecken? Ich weiß es nicht Aber hier oben ist mal ein bisschen getankt Getankt, ja, dann fangen wir da unten, dann bist geradeaus hoch Ich fahre da immer größer Aber weißt, du kaufst dir ein Auto, das TAN Daran steht Wo TAN dran steht Im Cadillac Und Was ist es? Gelb Welch? Hätten schwarzes TAN 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 TIN 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 WITZTAN TAN TAN WANTANSUPPE WANTAN TANSUPPE BANKER Oh ja, wir müssen nachher noch mal beim Laden einhalten Ich brauche noch ein Nachtsichtgerät Hörst du mich jetzt doppelt? Ja Äh, ich dich nicht Hä? Ja, weil du mich muten konntest Ich habe dich echt nicht gefunden Achso, habe ich dich eigentlich noch gemutet? Weiß ich gar nicht Naja, ja, letztes Mal Ich weiß nicht, ob du es schon wieder draußen möchtest Guck ich mal Ich weiß nicht Hä? Ja, ne, ich höre dich wieder doppelt Du musst jedes Mal separat machen Gut, wo bist du denn hier? Äh? Erst Miranda, denn sie will ja da bist du Stummschaltung aufheben Also bist du noch nicht stumm geschalten? Na eben Sag mal nochmal, was? Ich habe dich gerade eben doppelt hier Guten Tag Ich höre dich trotzdem doppelt Ah, das ist direkt Ne, du Redest du Direkte Kommunikation Redest du Fraktur? Fraktur? Na, ich höre dich doppelt Ne Die nächste Folge wird Fraktur Da reden wir den ganzen Tag Nur Fraktur Die ganze Aufnahme Wird nur Fraktur geredet Hat so ein Spradl getrunken Ein Spradl getrunken Und ein Apfelschorle bestellt Und Bananenweizen Und Bananenweizen Und Bananenweizen Bananenweizen Jetzt Ach das Sinn Macht keinen Sinn Ach je Jetzt habe ich gedacht Wir sparen echt Über die Aufnahmepause Können wir uns echt Dieses Bananensammeln sparen Und gleich mal speichern Aufnehmen Ja, stimmt Gleich Jetzt ist ja nicht mehr so Schlimm Trotzdem Was ist das nix Man soll ja immer Jede 10 Minuten Einmal speichern Bei anderen Servern Gibt es einen Autospeicherungspunkt Ah, ich habe schon wieder 3.500 gekriegt Jetzt habe ich 40, 50, 53.000 Habe ich jetzt schon 53.000 Kann man bald ein Dings machen Und Gangbang Äh, Gang Gangbang Also ich habe jetzt 11.000 auf dem Konto Und 5.000 in der Dev Und 16.000 Wir haben 16.000 in der Dev Und 37.000 auf dem Konto Weiß, hätte ich mal gespeichert Also das muss ich auf jeden Fall Bei jeder Bei jedem kurzen Break muss ich speichern Auf jeden Fall Mindestens Wenn jetzt irgendwo Wenn du gerade was verkaufst Speichern Wenn du pflückst Ja, ja Ja gut Man lernt ja nie aus Ach, mein Inventar ist voll Ich steig mal in die Karre ein Mach mal Alf da Ah, ich muss noch einmal Ich muss noch 2-3 Mal pflücken Ja und, ich kann mir ja reinsetzen Obwohl, dann laufe ich hier ein bisschen rund Dreh mich hier in den Schatten Ich stelle mich da nicht in die Sonne Ja, wird schon laufen Du konntest da schon reingehen Nice, mir scheißegal Taxi Schubi 91 Spanaden bitte rein Oder soll ich dir geben Achso, ne Also kannst du mitsammeln Ja, kannst du schon machen Jetzt passen noch 18 Stück Kannst du mir 18 Stück geben Dann kannst du Sammel Achso, Z Z Hör doch mal auf da Dich abzutasten Du Eimer Z Hier Eins 18 Ja, gib mir 18 Stück Oder kannst du auch Du kannst auch mehr geben Du kannst auch 40 Stück Und sammeln Ach, 40 Stück Und sammeln Weil dann kann ich auch noch ein paar machen Warte 40 40 Geben Genau Jetzt tue ich die restlichen Kannst du voll voll machen Ich mache auch voll voll Gut Weil sonst stehe ich hier ein bisschen arg belämmerd rum Und warte auf dich Wir sehen halt auch so zwei Bananenbauern Ach, halt Ich kann mir mein Ohrstöpsel rausmachen Ja, mach ich auch wieder raus So, aber dann vergesst du ihn beim Fahren wieder reinzumachen Er hört mir die Krähen Ich rieche nichts Warte 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 Steuerung Boah, das ist ein Vogel U, U, ne Steuerung, U Shift, U Ach, Shift, U Hä? Tut denn das nicht Das geht nur, wenn du nicht gerade Aktion hast Ah, hält das Dachte mich gerade Warum geht denn das nicht? Schifferklavier Ich weiß, ein Schifferklavier Also ich habe gelesen Oh Gesehen, du kannst auch bei manchen Ich weiß nicht, ob es hier auch gibt Ein Jagdschein erwerben Dann kannst du dir auf dem Amt ein Jagdgebiet mieten Und darfst du da hinfahren Und darfst du frei alles schießen, was da ist Und das Fleisch mitnehmen und verkaufen Mh, das ist auch eine coole Sache Aber ich weiß nicht, ob es hier auch das sowas gibt Oder ob das serverabhängig ist Aber ich glaube, das ist serverabhängig Glaub ich auch Naja Mein Inventar ist voll Ich steige ein Habt ihr schon gesehen, dass du einsteigst? Ich brauche noch ein bisschen Jetzt da schon mal ein Pfeil drauf drücken Dass wir schnell wieder in unser Market kommen Na, du kennst doch den Weg Ja, bloß Minus Darüber rechts und dann nehmen wir geradeaus Und dann gibt es dort zwei, drei Geradeaus, 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 geradeaus Links Geradeaus, geradeaus, geradeaus Hast du's? Ich verpasst ja voll viel ein Du, ich sammel und sammel und sammel Bist du denn Samwise Samwise Banana Gunji Ah, dein Inventar ist voll Und dann soll das eine Male Hättest du das anders da weggelegt So Feuer frei Freie Bahn mit Marzipan So, auf die Straße Und dann nach rechts So, Bäume Aufpassen Jetzt sage ich immer geradeaus Ja Mit der Ohrstöpsel rein Achso Nö, nö, das lache ich jetzt mal Obwohl Kann mich da nicht ganz Binder an Wenn ich da mit 200 auf dem Feldweg rumfahre Trifft Challenge Trifft Challenge Oh, ich guck grad, hör mal Also So, die nächste nach links Also ab bei der Abzeugung nach links Links halten Links an dem Berg mit einem Kuppel vorbei, ne? Ja, links halten Jetzt einfach links Ah, da vorne ist nicht der Berg mit einer Kuppel Und jetzt immer geradeaus Ja Dem Straßenverkehr Geradeaus und dem Straßenverlauf Drei Kilometer folgen Ich hab gelbe Kette Oh, ich will aber jetzt hier nicht irgendwo drauf fahren Doch, gelbe Ja eben Aber ich hab noch keine Kette Ich hab gelbe Jetzt ist weg Modifiziert Modifiziert Irgendwas Jemand macht da mit modifizierten Dateien da rum Oder so Seh ich das falsch Ja Sind schon dauernd da unten Warte, M Wo Hat ein kleiner Rocklog gehabt Hm Kleiner Bild noch Kommen wir direkt am Market raus Oder kommen wir da Nö, nö Wir kommen jetzt erst mal In die Stadt Wir sind in der Stadt Warte Ja, wir sind jetzt in der Stadt Die nächste Also die nächste Oder Hauptstraße Nach rechts Rechts Hauptstraße rechts Geradeaus Geradeaus Schrauber vor und so Da fliegt ein Benning Ich sehe das schon Bin ich Da fliegt Tankstelle vorbei Ja, ja Weiter, 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 weiter Weiter, weiter Die nächstmögliche Nach rechts rein Markt Okay Okay Aber direkt über uns Parken wir gleich da drüben Darf ich aussteigen? Bitte alle aussteigen Die Tour endet hier Oh, gleich abschließen Einen Tag schlagen das hat er gehört 69 2 15 mehr pro stück 5980 kann ich mir von meinen links mein inhalt ich muss jetzt ein bisschen gelb machen alles banane alles ach halt ich muss ja mal gucken wegen der lautstärke ob der mich überhaupt gehört konfigurieren audio effekte von was muss hoch sein mikrofon ganz hoch mikrofon ganz hoch und effekte ist das was du hast ja so ein zehntel muss ich habe keine funk funk muss es auch gescriptete funkspräche das sind aber kommunikation zwischen spielern ganz hoch und mikrofon empfindlichkeit mikrofon empfindlichkeit okay hast du schon gespeichert nein auf der plantage habe ich gespeichert jetzt hast du gerade viel geld gemacht mein junge nicht dass das gleiche noch mal passiert ich habe jetzt 60 glaube 70.000 ich habe 14 und 11 aber ich brauche nach sichtgerät und eine reparatur kiste weil die haben nämlich auch nicht mehr ich habe keine ich habe erste hilfekasten habe ich und werkzeugkasten ja weil du gespeichert hast ich nicht also müssen wir hinfahren weil ich mein geld schon wieder weggegangen ja eben aber gott ich muss licht an mache ich mache kurz aufsteig ein aber ich muss nicht dann machen ich sehe hier nichts was ist tag ja hier im zimmer ist dunkel ach du meinst real life dachte gerade er sieht nichts mehr ja ist ja auch sonnenblend umdrehen geradeaus und dann zweite rechts 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 ne halt wo gab es das so jetzt wo gab es das werkzeugkasten gab es hinten beim elektro laden elektro laden okay dann umdrehen und auf die bei der hauptstraße nach links na ja pass auf das nicht überfahren dass ich über fern und jetzt hat er aus gerade aus geradeaus 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 wir wollen elektro laden elektro ja weiter 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 und die nächste nach rechts rein und gleich wieder rechts jetzt rechts und gleich wieder rechts genau und hier ist jetzt auf der rechten seite general store kann ich direkt von hier auswählen denn bei mir steht schon general store dran also ich brauche ja gar nichts fällt mir auf ich hab da rein weil du brauchst nix ne also erste hilfe kasten wollen nicht aber wo ist denn das werkzeugkasten ja genau und was habe ich noch funkgerät gps uhr erste hilfe kasten nacht sich brille und mal banane oder apfel oder für sich machen wir für sich nahm alle drei oder das ist auch wenn man ja obwohl beim anziehen halt echt noch etwas 1000 unterschieden also wir können schon ein ding kaufen auf jeden fall haben jetzt schon das geld ja ja ich bin drin ich habe jetzt noch 18 und 5 ich habe 70.000 also kommen noch fünf und ihre wachstum ja eben wo wir das sind aufpassen achtung der tingle der tingle 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 bock geschwein 1,3 kilometer sind wir da ok wir sagen fahren wir eben noch hin und dann machen wir eben schon wieder ein polken fahrer machten hier so ein s rein warum ist ein komputerspiel kein selber gerade fahren das schwein warum immer so aufgeregt ich verstehe das gar nicht als ich finde ja früher den großen turm siehst du ja ja so sind jetzt genau links nicht du links sondern links auf der rechten seite dann plötzlich fällt um an der hauptstraße hallo ja 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 hauptstraße und warte noch nicht noch nicht noch nicht ich gucke ich gucke ich gucke dieser dieser server channel speak ist jetzt halt 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 und jetzt nach rechts rechts rein einfach recht gerade aus reinfahren fertig nach heute geht's rede um warum ja gut ok was wollte ich ausstellen nein ich brauche hier noch nichts ab ich habe hier geht schon ich kann mir hier in schatten stellen ich will ja jetzt kann ich aber nicht speichern aber gut wenigstens habe ich mal mit dem nachtsichtgerät gespeichert aber dann kannst du noch nicht alle fünf minuten dann würde ich aber sagen bye bye und danke fürs zusehen meine lieben freunde und ja bis zu einer nächsten folge von let's play altis live mit dem mz out klein und ja bis zum nächsten mal und immer teitageln teitageln tschüss